Ich habe jetzt einfach mal bei Drift, Boost und Besteunigung was reingehauen. Was ist das? Schneeberge, was ist das denn? Achso. So, Butter war der Fisch. Da fahr ich mal, ich habe mal die 150 Strecke gefahren, wo wir mal 130 sind. So, ich habe ein Ente auf dem Schädel, auf dem Kopf, ein Ente, ein Ente, ein Ente, ein Tauch anzut. Es gibt aber tatsächlich nicht viele Karts, ne? Es gibt nur 15, 15, 20 Karts, es gibt es nur. Okay, ich sehe hier lieber... So. Ähm... Ähm... Ah! Diese Rennstrecke mit 3 Star, ne? Das kann man frei kaufen. Ich kann nur... nur die... die andere Kopienstrecke fahren mit... Ready! Set! ... Oh, du, der Stadt! Wir oder ich... bin auch richtig schön unterwegs. Oha! Ah, ich bin es da hier, wo ich eigentlich... äh... wo ich gerade... äh, wo hier ist. Und ich... An die Echt, die Maul... Oh, krat! Die sind ja hier, die Kranzei und Blöde Ah, das Auto hat Boomerang, alles klar Danke, da ist jetzt das, wo er es spielt Ja, mach hier auf Mein Fallfeld hat eine Spezialfeldzeit Elektro-Schoice Ach, hupen kann man auch Klasse, super Hupen Schönes zu Hause Mein Hupen hört so an wie ein Clown-Auto Ich denke gerade eben bei mir ist ein Clown hier Aber ich dachte eigentlich, ich fahre gerade ein Clown-Auto Weil ich so ein Clown-Hupe Hier eine Bombe Oh, dritte Platz Komm schon, ich werde erster werden Was ist denn der so an mir vorbei, der Penner? Ey, so haben wir nicht gewünscht Ausdruck Ich weiß nicht, ob ich so eine Art Clown-Hupe aber Aua Ich bin fast fertig Nein Aber ok Ich bin zweiter Es wird kein WVP reingeben Für den zweiten Platz Ja Ja Mein zweiter Platz ist ein Spezialziel Ja Zweiter Platz Naja, hoffentlich auch nicht letzter Und ich bin auf dem Pondio und geladet Und ich habe gerade Pokal bekommen Auf und die nächste Rennstrecke Hey Hallo Bye 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 Junne Sie kommen in die Kiki-Statuen gerade bei mir auf Ich will nicht von denen getroffen werden Oh nicht scheiß, man kann springen wie Bugs Bunny ey Okay Moin Ach, und mit Driften kann man sich nen Boost freischalten, alles klar, dann danke ich wieder, ich hab jetzt auch endlich mal weiß. Höh, Scheißfixer. Da wird fein an den Knochen. Oh, ich hör mal vor der Bombe. Ich hör mal wenig groß da vorne. Kann ich die dabei überholen? Äh, passt. Alter, ich muss aufpassen, hier sind die Staturen. Ach so, zerschmettert die Knöpfe. Okay. Ich würd grad eh hören, sag, auf dumme Basis getroffen. Oh, ich glaub, ich hab so getroffen mit meinem Elektroplikpreis. Ich krieg einen zu viel. Alter, macht das Spaß. Ich hab wieder ne Trophäe, ich hab die vierte oder fünfte, keine Ahnung. Ich frag doch, wie viel die Trophäe ist, ich bin extrem groß dabei. Aber das gibt ja da heute auch einen Online-Modus, hab ich gesehen. Ja, gibt auch online, ja. So, ihr Affen. Was war denn? Ich hab mich online dabei angeschaut, aber ich glaub, die Online-Degner werden mich für die machen. Roboter. Okay, ich werd ja auch schon an den Korpulkarakteren von gerade ausgeschlagen, aber noch was hier. Aber die 30 Korpus, die 30 Korpus, die 30 Korpus, die 30 Korpusstrette, oder wie ich das nennen. Das ist alles. Kommt rein! Oh ja, komm! Das ist alles! So, Toro Boots! Geht's aufblaschen, wenn ich das gleich kunde? Oh ja, Bowie, Kooky! Könnte erst für dich mal werden. Außer die doppelten Regenörper zu paschieren, der war echt unnötig. Oh, der hat mir voll was auf die Fresse gehauen, ey! Ey, ich will auch nicht mehr haben. Okay. Ey, weißt du, was für mich betitelt ist? Wenn ich nicht laufe würde. Oder ich hab noch eine Stolz, hab ich noch auf dich. Na, genau. Und ich wette jetzt vom Ziel, ja, ist klar. Ich werde, kommst vom Ziel, na, ich noch dritter, dritter Platz. Okay. Ey, ma, okay. Neuer Retort. Ja, ich hab neuer Retort aufgestellt. Und mein neuer Retort bin ich grad auf der siebten Platz, mein neuer Retort. Hm, hm. Oh, du scheiße, Alter. Oh, du scheiße, Alter. Ready, set, go! Oh! Kein Duchen, siehst du mal, aber kein Kobo-Stat. Na ja, egal. Komm, bei dir rennt man ja will ich auf jeden Fall. Oh, ey. Äh. Von einmal erster wir werden. Einmal schaffen wir immer erster zu werden. Boah, ich hab mal recht nach den Lupen, komm. Wir beide, äh, wir beide müssten mal so ne YouTube-Partnerschaft zusammen machen. Oh ja. Irgendwie. Ah. Aua. Ich krieg ne Bombe immer aufs Gesicht. Mann, bin ich so hässlich? Was? Ich wusste es doch. Ich hab, ich hab, ich hab, ich bekomme keine Ahnung, aber was auch, ob die Börner abgestaut sind. Hm. Hörne, ich hab, ich hab, ich hab, ich geh einfach, ich geh einfach nur was auf meinem Kopf liegen. Guck mal so, was kommt der andere vor mir. Ach scheiße, ich bin Zweiter. Ach man. Ich find's traurig. Ich hab mir heute gebrochen. Aber ich muss mich auch mal ernst werden, also ja mal. Warum kann einem mein... Ich versteh nicht, warum mein Reifen da nicht anstellt. Ich hab mir ein Fassel vollen Paar ein. Ne, Feuer, äh, Feuer die Polaren. Einfach so. Einfach so. Also nicht, ja, ich bin letzter. Hallo. Wie macht man eigentlich so eine YouTube-Partnerschaft eigentlich, das schon mal gucken. So, Zeltesturm auslösen, Wasser platz... Wasser, oder, ja, Wasser... Also, heißen, Wasser platzen. Komm, ich möchte... Hi, bye-bye! Komm und... Ich bin auf dem Kopf. Ja, ja, genau. Wir eiern mich auch. Ja. Aber ich finde ich nicht bei den Schokopreisen. Schau dir mein dritter Platz. Wenn, ich hab jetzt eine neue Retort wieder aufgestellt. Weiß ich nicht. Doch, habe ich. Oh, ich kriege Raketen... Ich kriege Raketen in den Arsch und damit wollen sie sagen, dass mein Arschloch stinkt, danke dafür. Ich muss wieder duschen. Puh... Ich brauche die Reste für meine Nacht. Ich will jetzt gerne mal Erster werden. Weiß ich immer dieses Klischee. Ihr Gamer, ihr stinkt doch alle. Und jetzt kriege ich eine Bestätigung. Damit habe ich eine Rakete hinaus. Schau mal, guck mal. Mensch, danke. Oh, wow. Ey. Okay. Hey. Hey. Wirklich. Mh. 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 Ah, die Musik, davon kriegst du ja immer Ohr wie immer bei solchen Spielen, ne? Also bei solchen Spielen, die Musik, da kriegst du Ohr wie immer, das ist nicht mehr normal.